Hallo zusammen, wieder eine neue Folge mit meinen Top Apps aus dem Juli. Nach einem kurzen Intro geht's los. Viel Spaß! Ich habe schon lautlos nur die Handys, dann lassen wir sie an ihm ablenken. Die erste App, die ich euch heute vorstelle, heißt Mackey. Oder Mackey, ich weiß es nicht, wie immer sehr kompliziert diese Begriffe. Allerdings ist die App an sich alles andere als kompliziert. Und zwar ermöglicht diese App folgendes, ihr könnt ganz einfach mehrere Dinge in eurem Clipboard lagern und diese dann überall einfügen. Das ist vor allem praktisch, zum Beispiel wenn du Webentwickler bist, wenn du Systemadministrator wie ich bist und Benutzernamen und Passwörter kopierst und sie irgendwo einfügen musst. Dann musst du ständig in deinem Passwortmanager kopieren, zu deinem Server gehen, einfügen. Das ist super kompliziert bzw. aufwendig. Kann man sich erleichtern mit dieser App. Wie diese funktioniert, ist total einfach. Ich demonstriere es immer eben kurz. Ich kopiere mir hier einige Begriffe, drücke dabei CMDC, 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 CMDC und jetzt drücke ich CMD, Umschalt und C. Und man sieht hier, sind nun alle Begriffe, die ich gerade kopiert habe, aufgeführt. Und daneben sieht man auch einen Shortcut. Wenn du nun CMD2 drückst, wird automatisch in dein Clipboard der Begriff hinterlegt, den du gerade eben mit CMD2 gewählt hast. Und wenn du ihn irgendwo einfügen willst, drückst du einfach CMD und V. Ich demonstriere das Ganze jetzt nochmal. Ich lösche mit CMD A und entferne diesen Begriff wieder weg. Drücke nun CMD, Umschalt, C. Möchte nun zum Beispiel dieses Y-Fragezeichen einfügen. Drücke CMD 4 und CMD V. Und schon kopiert er mir hier dieses Y hinein. Die nächste App, die ich euch vorstelle, heißt SideNotes. Eine super praktische App, die es euch ermöglicht, Notizen direkt aus dem Mac-Bildschirm herauszuschieben und wieder reinzuschieben. Das heißt, ihr habt Notizen, die ihr immer onscreen habt, könnt sie aber auch wiederum rausschieben, damit sie euch nicht stören. Der Vorteil von dieser App ist auch vor allem nicht nur normale Notizen, sondern ihr könnt Checklisten machen, ihr könnt da Dateien einfügen. Ihr könnt Farben, ganz wichtig für Webentwickler zum Beispiel oder Illustratoren, ihr könnt Farben hinterlegen. Und wenn ihr auf diese Farbe draufklickt, wird automatisch der Farbcode in RGB kopiert und dann könnt ihr ihn in euer Projekt einfügen. Ich zeige euch ganz kurz hier die Herstellerseite. Das ist die App SideNotes. Ihr seht hier eben, was ich gemeint habe. Man kann die Notizen einfach rein und raus schieben. Schaut sehr, sehr schön aus. Man kann hier eben auch Dateien hineinschieben. Man kann zum Beispiel auch Ordner erstellen. Also das bedeutet, ihr könnt auch richtig, richtig viele Notizen dort haben und die mit Ordnern strukturieren. Ihr könnt die Notizen farblich kategorisieren. Das heißt zum Beispiel, alle grünen Notizen braucht ihr jetzt sofort. Orangene Notizen sind nicht so wichtig. Wie auch immer kann sich jeder selbst aussuchen, wie es ihm am besten liegt. In diesem Video sieht man auch nochmal ganz gut, wie man die Notizen rein und raus schieben kann. Wie man sie eben farblich kategorisieren kann. Man kann eben Checklisten erstellen. Man kann den Text auch formatieren. Also man kann unterschiedliche Textile verwenden. Hier sieht man das, was ich mit den Farben gemeint habe. Und eben Ordner. Auf jeden Fall eine super App. Erleichtert einem sehr das Leben. Und die würde ich auf jeden Fall mal an eurer Stelle ausprobieren. Weiter geht es mit Serene. Diese App ist für die Leute, die sich sehr leicht ablenken lassen. Ich muss gestehen, ich gehöre nicht dazu. Ich fokussiere mich immer ziemlich stark auf meine Arbeit. Ich weiß aber auf jeden Fall bei sehr vielen Leuten in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die tun sich sehr schwer, gerade im Homeoffice, sich zu fokussieren auf die eigentliche Arbeit. Diese App ist dahingehend super. Man kann nämlich seine Ziele in diese App einfach eingeben. Man kann zum Beispiel einstellen, welche Webseiten und welche Apps und so weiter sich nicht öffnen lassen dürfen, während man ein bestimmtes Ziel verfolgt. Das heißt, wenn ich jetzt in Word ein Buch schreibe und ich möchte auf keinen Fall abgelenkt werden und auch nicht in Versuchung kommen, kann ich zum Beispiel einfach alle Internetseiten sperren, alle anderen Apps sperren, sodass ich nur mit Word arbeiten kann. Versuche ich dann doch irgendwas anderes aufzurufen, bekomme ich automatisch eine Meldung, dass diese Seite oder diese App blockiert ist. Super stark auf jeden Fall. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die App liegt aktuell bei 4 Euro im Monat. Das ist vollkommen okay. Ich würde mal sagen, allein wenn man sich schon eine Stunde mehr fokussiert auf seine Arbeit, dann haben sich die 4 Euro schon bezahlt gemacht. Auch für diese App auf jeden Fall ein Daumen nach oben. Weiter geht es mit einer praktischen App, die nicht jeder haben muss, aber ich sie gerne nutze, da ich sehr viele Apple Geräte habe. Alle. Uhr, iPhone, iPad, MacBook. Gut, Apple TV und so zählt nicht dazu. Na ja, also viele Apple Geräte auf jeden Fall. Die App heißt Batteries for Mac und zeigt euch ganz einfach an, welchen Akkustand denn gerade euer iPhone hat, euer iPad hat, eure Maus oder eure Tastatur zum Beispiel. Leider ist bei dieser App nicht möglich zu sehen, wie viel Akku denn eure Apple Watch hat, weil diese sich nicht direkt mit dem MacBook verbinden kann. Also das funktioniert nur mit Geräten, die sich direkt mit dem MacBook verbinden können. Ein weiterer Vorteil dieser App ist auf jeden Fall die Touch Bar. Die wird ebenfalls mitbenutzt. Du kannst dir auch deine Akkustände in der Touch Bar anzeigen lassen, was von mir auf jeden Fall ein riesen Plus ist, da ich die Touch Bar sehr gerne versuche, möglichst produktiv zu verwenden. Die letzte App soll auch auf jeden Fall die Produktivität steigern. Die letzte App heißt Tab Space und ermögliche es dir in Safari bestimmte Seiten zu speichern. Das bedeutet, wenn du anfängst zu arbeiten, du musst immer bestimmte vier Seiten aufrufen. Google, YouTube, Facebook, Instagram, keine Ahnung. Und das auch mehrfach. Also das bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel vier meiner beliebten Seiten speichern. Ich kann drei meiner produktiven Seiten speichern. Ich schaue mir gerne die Konkurrenz an, was insgesamt 15 Seiten sind. Das kann ich speichern. Und dann kann ich ganz einfach hier all diese Tabs auf einen Schlag aufrufen. Und das Coole für Leute wie mich natürlich wieder, ich liebe Shortcuts. Du kannst das Ganze auch mit Shortcuts machen. Das war es dann auch schon mit meinen fünf Lieblings-Apps. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Apps haltet. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr von diesen Videos haltet. Gefallen sie euch? Kann ich irgendwas besser machen oder nicht? Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.